Erste Hansi Weilbecher, am 23. Oktober 1933 in Hattersheim geboren, wechselte im Sommer 1952 vom SV Hattersheim an den Riederwald. Bei der Eintracht spielte er zunächst in der Jugend und in der Reservemannschaft. 1953 bekam Weilbecher einen Vertrag für die Oberliga. Gleich in seiner ersten Saison absolvierte er alle 30 Ligaspiele, in denen er neun Tore erzielte. Seine überragenden Leistungen sorgten dafür, dass er in den erweiterten Kader der Nationalelf aufgenommen wurde. Weilbecher spielte fünfmal für Deutschland, je zweimal in der Amateur- und in der B- sowie einmal in der A-Nationalelf. Bei der Eintracht entwickelte sich Hansi, wie ihn seine Mannschaftskameraden und Fans liebevoll riefen, zum unverzichtbaren Leistungsträger. Bis zu seinem Karriereende im Jahr 1965 absolvierte er 319 Pflichtspiele, in denen er 69 Treffer erzielte. Hansi Weilbecher gehörte zur großen Eintracht-Mannschaft, die 1959 im Endspiel von Berlin die Deutsche Meisterschaft gewann und ein Jahr später als erste deutsche Mannschaft ein Europapokalfinale erreichte. Das Finale gegen Real Madrid, das die Eintracht 3 zu 7 verlor, gilt bis heute als eines der besten Spiele der Fußballgeschichte. Am Montag ist Hansi, wie seine Frau der Eintracht mitteilte, im Kreis der Familie friedlich eingeschlafen. 2. Der langjährige Mordermittler Josef Wilfling ist tot. Der frühere Leiter der Münchner Mordkommission starb am Dienstag nach schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren. Dies bestätigte der eng mit ihm befreundete Leiter des Bayerischen Kriminalamtes, der aus Selb stammende Harald Pickert, unter Berufung auf Wilflings Witwe. Zuerst hatte die Bild-Zeitung über den Tod berichtet. Bundesweit bekannt wurde Wilfling unter anderem durch die erfolgreichen Ermittlungen nach den Morden an dem Volksschauspieler Walter Sedlmayr und dem Modedesigner Rudolf Mooshammer. Insgesamt hat er in seiner beruflichen Karriere in 361 Mordfällen ermittelt. Seine Erfolgsquote galt ebenso als legendär wie seine Methode. Josef Wilfling kam 1947 in Münchberg zur Welt. Seine Eltern waren Heimatvertriebene aus dem tschechischen Egerland. Als Josef zwei Jahre alt ist, stirbt der Vater. Die Mutter schuftet in einer Fabrik, um die fünf Kinder allein groß zu ziehen. Dritte Friedrich Wilhelm von Hermann, 8. Oktober 1934 in Potsdam. 2. August 2022, war ein deutscher Philosoph. Nach seinem Schulbesuch in Potsdam und Berlin studierte von Hermann Philosophie, Germanistik und Geschichte an der Freien Universität Berlin. 1957 wechselte er an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, wo er 1961 bei Eugen Fink mit einer Arbeit über die Selbstinterpretation Martin Heideggers promoviert wurde. Nach seiner Promotion arbeitete er von 1961 bis 1970 als wissenschaftlicher Assistent von Eugen Fink an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 1970 habilitierte er sich in Freiburg mit einer Arbeit über phänomenologische Untersuchungen zur Temporalität des Seinsverständnisses. Von Hermann war Privatassistent bei Martin Heidegger von 1972 bis zu dessen Tod 1976. Im selben Jahr wurde er zum außerplanmäßigen Professor ernannt. 1979 folgte eine ordentliche Professur an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Seit 1999 ist Friedrich Wilhelm von Hermann emeritiert. 4. Maria Friesee war Schriftstellerin, langjährige Redakteurin der F.A.Z. und Mitarbeiterin der Zeitung bis zuletzt. Nun ist sie im Alter von 96 Jahren gestorben. Sie war mit 96 Jahren die mit Abstand älteste aktive Mitarbeiterin der F.A.Z. Und allein in den letzten zwölf Monaten schrieb sie noch sieben Artikel. Davon sechs Buchrezensionen fürs Literaturblatt dieser Zeitung. Unter anderem über die jüngsten Werke von so bekannten Autoren wie Martin Walzer oder Martin R. Dien. Geboren als Maria von Lösch stammte sie mütterlicherseits aus dem alten schlesischen Grafengeschlecht Zetlitz-Trütschler, das gutsherrliche Dasein war ihr erstes Leben, wie sie es selbst bezeichnete. Es endete, als sie gerade 19 geworden war. Die Heimat verlor sie am 18. Januar 1945, dem Tag ihrer Hochzeit, die noch rasch auf dem Familienanwesen durchgeführt wurde, bevor die Flucht vor der anrückenden Roten Armee begann. Sie glückte, und damit begann das zweite Leben. Die frisch verheiratete Maria Stahlberg gelangte mit ihrem Mann nach Norddeutschland, wurde Mutter von drei Söhnen, doch die Ehe hielt nicht. 5. In der Nacht von Freitag auf Samstag verstarb die CDU-Politikerin und ehemalige Bundesabgeordnete Sibylle Benning aus Münster im Alter von nur 61 Jahren. Die Anteilnahme ist auch in der Politik groß. In Bad Homburg, wo sie nach dem Tod von Adolf Friese im Jahr 2003 weiterhin lebte, war sie ein Mittelpunkt der Gesellschaft, und bis weit ins zehnte Lebensjahrzehnt hinein blieb Maria Friese eine begeisterte Reiterin. Am gestrigen Sonntag ist sie im Kreis ihrer Familie gestorben. Was für drei Leben! Gumm 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 Untertitelung des ZDF, 2020